Hallo und einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Wetter am Mittwochnachmittag hier bei Wetter.net. Ja, man sieht es schon hier hinter mir. Das Thermometer zeigt Temperaturen unter 10 Grad an, teilweise Werte um die 5 Grad und ein leicht gefrorener Rasen. Ja, es wird kälter. Die Schafskälte kommt und die Temperaturen, die sinken zum Wochenende deutlich in den Keller und in höher gelegenen Muldenlagen. Da muss man am Wochenende sogar wieder mit Bodenfrost rechnen und in den Hochlagen der Alpen, da kann es sogar Schnee geben. Doch zuvor heute nochmal ein sehr warmer Mittwoch. Die Temperaturen erreichen teilweise deutlich mehr als 25 Grad, lokal am Rhein auch bis zu 30 Grad. Gestern gab es ja schon den ersten Hitzetag des Jahres 2020. Das heißt, der Höchstwert hat die 30 Grad Marke erreicht bzw. überschritten. Doch wie geht es nun genau weiter? Denn heute endet erstmal das hochsommerliche Wetter, denn aus Westen, da kommen heute Nachmittag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter herangezogen. Und Schuld daran ist das Tief Juliane. Noch bringt uns das Tief sehr warme Luftmassen hier aus Südwesteuropa. Aber in den kommenden Tagen, da dreht die Windrichtung und dann kommen die Luftmassen vorwiegend hier aus nördlichen bzw. nordwestlichen Richtungen zu uns nach Deutschland. Und deswegen wird es dann Richtung Donnerstag, Freitag bei uns im Land nach und nach immer kühler bzw. kälter. Das hier ist der aktuelle Niederschlagsfilm vom heutigen Mittwochnachmittag. Und wir sehen, hier gibt es einzelne Schauer und Gewitter, aber in der Nacht zum Donnerstag, da kommt hier aus Südwesten ein kräftiges Regengebiet herangezogen. Zum Teil auch mit Blitz und Donner. Und das zieht bis zum Morgen nach Norddeutschland weiter. Und hier im Alpenraum, da kann es sogar in den Hochlagen der Alpen Schneeflocken geben. Das heißt, hier grüßt in den Alpenhochlagen nochmal der Winter. Ja, wie geht es nun weiter? Schauen wir uns mal die Temperaturen in 1500 Metern an am kommenden Samstag nach dem amerikanischen GFS-Modell. Und wir sehen, da kommt so ein kleines Kältezipfelchen genau bis zu uns nach Deutschland gezogen. Und das heißt, in der Höhe kommt bei uns kalte Luft an. Und auch das europäische Wettermodell, das sieht auch dieses Kältezipfelchen zu uns nach Deutschland vorstoßen. Das heißt, beide Wettermodelle sind sich einig, das Wochenende wird eher unterkühlt ausfallen. Tagsüber meist nur 15 bis 20 Grad. Und nachts kann es richtig kühl werden. Hier die Frühwerte von Samstagmorgen berechnet nach dem amerikanischen Wettermodell. Und wir sehen hier in der Mitte Deutschlands gerade mal Temperaturen 4 bis 5 Grad in 2 Metern Messhöhe. Und das kann bedeuten, direkt über dem Erdboden, da gibt es in den höher gelegenen Muldenlagen zum Teil Bodenfrost. Ja, und das Anfang Juni, das ist dann wirklich die Schafskälte. Dagegen bleibt es ein bisschen milder, hier im Osten und auch im Süden, hier liegen die Frühwerte am Samstag so bei 8 bis 11 Grad. Und auch der Sonntagmorgen, der bringt vom Saarland über Rheinland-Pfalz bis nach Hessen und Thüringen nochmal sehr tiefe Temperaturen. 3 bis 4 Grad direkt über dem Erdboden kann es stellenweise auch wieder Bodenfrost geben. Im Rest des Landes, vor allen Dingen hier im Osten und Süden, da bleibt es dagegen milder. Hier liegen die Frühwerte am Sonntagmorgen so bei 10 bis 11 Grad. Ja, und hier sehen wir mal die Regensummen bis Sonntag. Es kommt endlich mal etwas vom Himmel, sehr wahrscheinlich, zumindest im Süden 60 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Im südlichen Baden-Württemberg, aber auch im südlichen Bayern, auch hier im Westen, sind teilweise in den Mittelgebirgslagen bis zu 30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Und auch für den äußersten Norden, da werden aktuell Mengen bis zu 60 Liter pro Quadratmeter berechnet. Das ist aber doch alles noch sehr unsicher, denn gerade der Parameter Niederschlag ist in der Meteorologie besonders schwer vorherzusagen. Ja, und der Osten, da geht wahrscheinlich wieder überwiegend mit wenig Niederschlag aus dem Wochenende heraus. Gerade mal 15 bis 20 Liter Regen, das ist natürlich deutlich zu wenig. Da müsste schon ein bisschen mehr fallen, um die ganz große Trockenheit hier wirklich nachhaltig einzudämmen. Ja, und zum Schluss, wie immer, der Blick auf die Ensemble-Vorhersage. Und man sieht sehr schön, die Temperaturen, die rutschen auch in der Mitte Deutschlands erstmal von 25 Grad runter auf Werte um 15 Grad und erholen sich dann nächste Woche ganz langsam und steigen dann Richtung Monatsmitte wieder auf Werte zwischen 25 und knapp 30 Grad an. Es wird also wieder sommerlich warm werden, aber aufgepasst, es gibt auch weiterhin sehr wahrscheinlich Niederschlagssignale. Das heißt, naja, man wird wahrscheinlich oftmals auch den Regenschirm gebrauchen können. Und dafür habe ich einen Tipp hier unten in den Videobeschreibungen. Ja, das Wetter wird also wieder ein bisschen wärmer nächste Woche, aber es bleibt wohl wechselhaft. Und mit diesen Aussichten, da wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und denkt dran, bitte abonniert doch unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwochnachmittag.